hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren folge dark souls 3 in der letzten folge haben wir die geste bekommen praise the sun und wir haben probiert da hinten einen fahrstuhl einzuschalten aber ich habe noch keinen weg gefunden ihn einzuschalten wahrscheinlich müssen wir jetzt erst den boss hier legen damit es dann da weiter geht ja und ich würde sagen boss time in dark souls 3 ich glaube das ist die ritterrüstung oder irgendwie so glaube ich heißt ja schauen wir jetzt rein wahrscheinlich wie wir sterben probieren wir es mal oh mein gott was ist das Ah, schaut brutal aus. Oh, der wehgetan. Ich weiß nicht, was der kann. Okay, Blitz. Wow, wehgetan. Ich bin ein bisschen aggressiver jetzt. Boah. Boah. Wow, das wird aber böse, glaube ich. Fuck. Wow, fuck. Okay, komm her, Baby. Komm her. Zeig, was du kannst. Komm. Wow. Wow, der war gut. Schnelle Astros nehmen. Und. First try. Down. Drachentöterrüstung. Praise the sun. Yeah. Also der muss ich wirklich sagen, der war jetzt echt easy. Und ich hoffe, dass jetzt mein Aufnahmeprogramm nicht spinnt. So, wie wir schon mal zwei posten. Und dann machen wir mal das Leuchtfeuer an. Und. An. Sehr schön. So, soll ich jetzt weiter gehen oder soll ich leveln? Ach, ich gehe mal ein bisschen weiter. Ich werde hoffentlich jetzt hier nicht gleich sterben. Schauen wir, was hier hingeht. Loot. Titanitbrock, Mann. Ich will eine Schorle haben. Gib mir doch mal eine Schorle. Dann will ich endlich mein Finsterschwert mal auf 10 kriegen. Der war jetzt wirklich einfach, der Boss. Also wenn ich die meiste güne, der war schon einiges schwieriger. Schon wieder ein Leuchtfeuer. Und an. Schlüssel des großen Archivs. Gott hat Doppelschwert. Okay, aber gehen wir jetzt lang. Gehen wir hier lang. Ja, super. Der Schlüssel des großen Archivs liegt genau vor der Tür. Großes Archiv. Gehen wir jetzt noch nicht rein. Jetzt schauen wir mal. Da war doch der eine Fahrstuhl. Vorrichtung? Vorrichtung bewegt sich nicht. Hä? Kommt das noch später? Oder brauche ich da Schlüssel oder irgendwie sowas? Oder keine Ahnung. Jetzt schauen wir aber nur kurz hier rein. Es wird heute eine relativ kurze Folge. Weil ich ja eigentlich in dieser Folge nur den Boss zeigen wollte. Oh mein Gott. Ist doch der Boss vom zweiten Gebiet, glaube ich, oder? Oder ein drittes Gebiet. Hält ja genauso viel aus, oder was? Wo ist er jetzt hin? Hochgeportet, wahrscheinlich. Ah, der geht jetzt nicht hinterher. Boah, hey. So ein komischer Viecher. Nein. Komm her. Gibt es immer Loot? Jetzt kommen wir hier nicht mehr hoch, oder? War klar. Oh Mann. Ich bin schon wieder viel zu weit drin. Ich wollte eigentlich leveln. Oh Gott. Was ist denn das? Das schwarze Messer hier. Oh Mann. Wo bin ich denn hier? Ich komme nie wieder raus. Oh Mann. Willst du denn? Ich mache das jetzt ganz einfach. Ich habe ja hier was Schönes. Vielleicht kann ich die ja ein bisschen austricksen hier. Bitte geh. Lass die austricksen. Okay, die kann man nicht austricksen. Mann. Im Gegenteil. Kotzen schon wieder. Wir halten aber Gott sei Dank nicht viel aus. Boah, was ist hier? Warum bin ich so weiß? Ich bin weiß. Ich bin weiß. Mit Farbe angesprüht. Besprüht oder was? Jetzt komm her. Kerzen, Alter. Mann, ich komme schon wieder nicht raus. Ich wollte eigentlich leveln. Leveln. Das ist wahrscheinlich eher so ein giftiger Nebel. Kann ich hier... Oh Gott. Oh Mann. Ich will hier nicht weiter gehen. Ich komme hier irgendwie wieder zurück. Na, hier geht es auch nicht. Stirb. Hier ist ein Loot. Ich muss doch irgendwie zurückgehen. Gibt es ja gar nicht, oder? Das, das. Okay. Geht es hier vielleicht rum irgendwie? Oh, schon wieder so ein Ritter. Komm, den. Den magischen Scheissperr kannst du dir sonst von schieben. Komm. Oh. Big step. Oh Mann. Boah, Mann, 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 Mann. Komm her jetzt. Stirbst du jetzt mal? Was hältst du denn du aus? Geh doch. Ah, ich glaube, hier könnte ich richtig sein, dass ich zurückkomme. Hier ist O-Loot. Kristallglocke. Also ein Kasterzeug. So, jetzt hoffe ich, dass ich zum Leuchtfeuer zurückkomme. Ich habe keinen Plan, wo ich bin. Oh mein Gott. Ah, das Leuchtfeuer. Okay. Sehr gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, wo es hier weitergeht. Boah. Ist denn nichts hier los? Okay. Ich port mal weg. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und schauen wir gleich, wie es hier weitergeht. Bis dann. Ciao. Euer Andi.